Fette Wurz Fette Wurz, die Katze wurde schon schlimmer beschimpft Daniela Hatzenberger, 31, amüsiert ihre Fans. Die TV-Blondine teilt fast täglich Geschichten aus ihrem Leben mit ihren Followern. Dabei spielt sie keine perfekte Promi-Welt vor, sondern zeigt sich auch ungeschönt. Diesmal entdeckt sie ein Restaurant mit einem lustigen Namen und unterhält ihre Anhänger spontan mit einem kleinen Geg. Auf Instagram postet sie einen Schnappschuss vor dem Restaurant Die Fette Wurz in Mannheim. Schlagfertig wie immer kommentiert sie dazu, naja, wurde schon schlimmer genannt. Auf dem Foto lacht sie herzhaft und macht sich auch nichts daraus, dass sie im relaxten Gamelog unterwegs ist. Ihre Fans sind auf jeden Fall mal wieder begeistert und sprechen der Katze gut zu. Wobei du ja wohl nun auch nicht wirklich fett bist, schreibt ein Follower. Für Beginn in bald spannende Wochen. Ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser, 25, zieht in wenigen Tagen ins Dschungelcamp ein. Nachdem bei den beiden zur Zeit Funkstille herrscht, ist es nicht ausgeschlossen, dass Jenny aus dem Nähkästchen plaudert. Glaubt ihr, sie redet im Dschungel über? Stimmt in der Umfrage ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.